Ich bin Alexander Stefano, ich komme aus Düsseldorf und trainiere für den Red Tiger Gym. Freunde, wie gesagt, nach zehn Jahren werde ich wieder ins Geld steigen. Ich habe früher mit Martin Zavada lange trainiert. Wie gesagt, dann war ich von der Szene verschwunden. Nach zehn Jahren bin ich jetzt wieder da. Ich bin Vater, zwei Kinder, einen großen Jungen und ein kleines Mädchen. Wie gesagt, in den Käfig steigen und werde mein Können zeigen. Ich werde mein Bestes geben, um euch einen guten Kampf zu liefern. Und ich verspreche euch, ihr werdet alle Spaß daran haben. Mich werden viele Fans aus Düsseldorf begleiten. Das wird eine richtige Show hier. Und für diese alle Mühe und Not und für mein Comeback ist hauptverantwortlich meine Frau, die auf sehr vieles verzichtet hat und mich in den Hintern getreten hat, damit ich wieder starte. Danke Schatz dafür und für dich werde ich am 16. Dezember den Sieg holen. Das wird ein richtiges Sechselkessel. Ich freue mich schon jetzt drauf. Ich werde auf diesem Wege von meinem Trainer und langjährigen Coach Kema als Zivil begleitet. Wir haben schon viele gemeinsame Wege hinter uns und diesen Weg gehen wir auch und werden zeigen, was wir drauf haben. Kommt vorbei, ich freue mich. Mein Gegner ist genau wie ich ein Stand-Upper. Es wird eine gute Kampfballerei, es wird richtig Spaß machen. Euch und uns beiden hoffentlich auch. An alle Fans, Freunde, Familie, sichert euch jetzt die Tickets. Die Halle wird ausgekauft. Am 6. Dezember werden viele gute Fights. Es werden sehr viele Leute da sein. GMC wird gut besucht und deswegen sichert euch rechtzeitig die Tickets. Vielen Dank für alle meine Fans, Familie und andere. Ich sage euch, dass ich euch nach 10 Jahren wieder zurückkomme. Es ist der 16. Dezember in Gelsi in der GMC Arena. Es wird mir schön, wenn ihr gekommen seid, dass ihr mich unterhalten, denn seit 10 Jahren auf diesem Weg nicht zu sein müssen. Vielen Dank und wir sehen uns auf 16. Dezember. Gestalt undupa destoướng Reaktion響 Nachá cre quá im Abschlegt, die zu geben. Und ich hoffe, dass ihr uns Hadern noch einen ziemlich erwartet för. Für alle andere, ich hoffe, dass ihr vielleicht das es euch das Glitte macht NAB auch im Geln untere. Vielen Dank.